Jetzt sind wir von EXPLODE. Nur vier. Auch nächstes L-Batterie. Auch eine Fächer-Batterie. Mal sehen, wie die so ist. Deshalb kannte ich dies als erstes Jahr auf dem deutschen Markt. Mal sehen, ob EXPLODE was kann oder eben nicht. Der Feuertopf sieht aber nicht aus. Die Auspläutung geht noch besser. Gibt besseres.